Wir haben zwar gewonnen, sind aber trotzdem ausgeschieden. Das Gegentor kam viel zu früh und hat mein Team geschockt. Wir hatten vor allem in der zweiten Halbzeit die Chance, noch ein drittes Tor zu machen, denn wir waren das bessere Team. Aber Fußball auf diesem Niveau wird durch Fehler entschieden und die haben uns den Sieg gekostet. Ein einziges Tor hat uns gefehlt. Wir haben nach der Pause ein paar Veränderungen vorgenommen und haben so mehr Druck aufgebaut. Ein drittes Tor hätte das Weiterkommen bedeutet, aber wir haben es nicht geschafft. Thomas Lema und Guido Carillo hatten gute Chancen, aber am Ende waren wir einfach nicht effektiv genug. Die Spieler sind natürlich enttäuscht, aber wir gewinnen und verlieren als Team. Deswegen ist es immer die Verantwortung des Trainers, aber die Spieler sind ebenso davon betroffen.